und damit willkommen zu gta 5 story mode ja das erste mal hier in story mode dieses oldschool let's play hier endlich spiele ich gta 5 ja ich muss davor noch sagen dass ich das spiel eigentlich schon davor aufgenommen habe das hatte wir schon gesehen weil die zweite folge schon draußen ist aber ich muss das jetzt nochmal aufnehmen weil der erste part einfach schon ja gleich 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 weil der erste part einfach abgebrochen ist sag ich mal gelöscht wurde ja und deswegen muss ich das jetzt hier alles nochmal machen ich werde kurz was einstellen und dann sehen wir uns gleich wieder so da bin ich wieder zurück und dann können wir direkt weiter zieh auf die geißeln ja klar los jetzt rein sofort sofort na los rein mit dir also bei mir ist natürlich jetzt ein bisschen blöd dass ich das jetzt alles nochmal machen muss aber wird jetzt nicht komplett sein so ist es nicht ähm ja wir spielen hier mit michael wir werden auch noch die charaktere ändern können das zum beispiel clever okay ähm drücke fight hast du um das handy zu holen okay kontakt wählen und zünden bam jawohl bankausraub tisch alles fängt mit einem bankausraub an so erstmal klären gut klärt los jungs holen wir unser geld raus hier zack 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 ich versuche jetzt einfach jeden witz den ich in der ersten Aufnahme gemacht habe nochmal zu machen gut wir haben alles los weiter weiter ja, boah, da hatten wir den legendären Spruch von, ähm, Michael so, und ich weiß auch jetzt schon welche Tasten wir hier drücken müssen und zwar müssen wir jetzt den Charakter wechseln zu Trevor und so, Trevor rettet sein Leben so, weiter geht's shit, shit, shit raus hier begib dich in Deckung warte, mit Q so, in Deckung mach mal jawohl und weiter, los, los, los ja, hab ich die Bullen die können uns nicht aufhalten nicht mit mir die können uns auch überall hier so decken boah, das wird so geil dann jetzt hab ich gebrochen hier so hier umdrehen oh mein Gott, ich treff ja gar nichts komm, erst mal hab ich ja das alles getroffen unten haben wir unsere Lebensanzeige so eine Energieleiste und das Gelbe weiß ich jetzt nicht hab ich unserem Gerät oder so und dann haben wir da halt noch unsere Karte und da oben links, äh, links nee, rechts ist es um rechts haben wir halt unsere Sterne und die zeigen uns an wie der ja, Bullenstart ist das sag ich jetzt mal so wie krass die jetzt sind mit 5 Sterne kommen Helikopter, Militär also mit alles kommt dran äh, 4 Sterne kommen die mit Helikoptern und LPD 3 Sterne LPD und 2 Sterne ja nur ein bisschen also eigentlich hat man nie 1 Stern und man hat nur 2 so ey ich kann ja noch schießen weg mit dir so Trevor hält alles aus der ist aus Panzer jawoll ich hab sie alle schnell weg hier ihr kriegt uns nicht klein oh fuck ich muss nah ran ich weiß nicht wie ich zucke ich kann nur so kriechen gut und rein jetzt hier what took you so long shut the fuck up and drive woo did you see that shit fucking put that bitch's face against the glass did you see that yeah you're a real stout woo ah fuck how'd that happen go 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 fuck jetzt sind wir auch noch auf Rädern schöne Winterlandschaft hier also ich hab schon gehört die ganze Autophysik ist nicht so cool also ist ein bisschen schwierig die zu fahren oh Gott oh Gott oh scheiß da spreche ich das schon an oh nee alter lass mal oh hi Traktorfahrer alles entspannt hier was was für ein Zug erstmal muss ich die Kurve hinkriegen irgendwo kommt hier mal ein Zug Jesus you guys all right fuck come on ditch the car all right we can go this way to the chopper no hey stick to the plan what stick to the fucking plan come on where the fuck's the chopper fuck 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 i'm gonna check around back ah ah it's a fucking fast someone must have fucking talked all right brad's gonna be fine we got to get the fuck out of here fuck fuck out of here oh Jesus uh T you gotta get out of here I'm gonna leave you Mikey no god I'm not gonna be fucking gonna bleed out fuck go no no nein Michael dafür wird die büßen auch wenn das glauben wir nicht die ähm Bullen waren aber das werden wir später erfahren go fuck yourself sagt der Trevor hör er steht einfach auf und dir geht's nicht mehr so gut alter Michael liegt da rum hey don't use the high ground oh I'm standing here finish me fire 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 hey you you hey oh oh god oh don't do no no where's the chopper I don't know what you're talking about fucking stay back you come near me she's fucking dead stay back oh no god help me help go go Michael was not always a good husband not always a good citizen he did not die a hero's death but he was a man our lord was crucified with two thieves so perhaps we should not judge we are born of sin and we die in sin and in this Michael is like anybody else father we do not know your infinite mysteries but we know that you will show mercy to our friend GTA 5 oder anders gesagt Grand Theft Auto 5 startet hier mit und ich freue mich so hart darauf auch wenn ich das schon das zweite Mal sage äh was oh ja ich weiß äh der andere Account ja ja ich weiß da gibt's eine aber jetzt bin ich erst mal ruhig your son james he's a good kid he's a good kid a good kid why does he help the fucking poor no he sits on his ass all day smoking dope and jerking off while he plays that fucking game if that's our standard for goodness no wonder this country's screwed and what about you what about me hey I don't have the advantages that kid has by the time I was his age I'd already been in prison twice I robbed banks I ran whores smuggled dope and you consider them achievements these were the opportunities I had at least I took them and where did these opportunities get you Michael they got me right fucking here the end of the road with a big house and a useless kid and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit oh I'm living a dream baby and that dream is fucked it is fucking fucked let it all out I think I just did oh well I think that's all we have time for the same time next week I guess I gotta tell you I ain't too sure this shit is working for me a sense of overriding futility is a vital part of the process embrace it whatever you say doc LA or anders gesagt Los Angeles eine sehr schöne Stadt mit sehr schönen Orten wo man auch gut Urlaub machen kann mit einem schönen Strand Leute machen bisschen Yoga es gibt tolle Attraktionen wie hier am Beach ich weiß nicht mehr wie der heißt aber da kann man sehr tolle Sachen machen oder Leute fahren fast Mädels oben krasses Sport da machen Sport Frauen am Strand mit Hunden und natürlich Jogger mit Michael und natürlich Optizisten die sich über Obdachlose beschweren ich weiß ich weiß ich weiß wie du fühlst man das hat sich hier irgendwo Unless sie buried es unter der sand fool another brillian Lamar Davis Productions fuck you excuse me homie can you tell me where Berto Beach House is no homie I cannot man would you come on fuck actually yeah it's that house right there with the yellow stairs yeah good looking out homie appreciate it man get your stupid ass on damn why don't you ask him if he knows the fucking owner or better yet do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize see what you don't realize that we ain't boosted this shit is legit business legit oh yeah I forgot huh 401ks tax returns and all yeah right you the one all pumped up cool what slinging dope and throwing up gang signs yeah right whatever hummy yeah hummy this is the spitting out right here your boy simian wasn't bullshit man get your ass in there bring your ass food always trying to boss somebody come on come on und jetzt sind wir hier auch mit franklin unterwegs ja und das ist allemal und jetzt wollen wir im auto stehen und ja ich weiß ihr habt bestimmt auch schon das short video gesehen wo ich auch schon war in dieser gasse und ja ich muss es einfach tun wie ich es auch schon im short video gemacht habe oder im original video sozusagen muss ich diese geile Katze einfach treten ist immer noch lustig tut mir leid allemal du hast immer noch nichts gesehen ich nehme immer noch das weiße auto weil das habe ich auch davor benutzt folge nimmer ja jetzt können wir mal das erste mal diese Verlaufphysik so richtig genießen genießen also wie gesagt ist nicht so einfach diese Karren hier rumzufahren übersteuern und driften oh Gott oh Gott warte Lämmer was wird ihr denn noch in der zweiten Folge so richtig sehen nee der ist viel zu schnell für mich warte doch mal guck mal ich fahre nur über Rot oh Gott oh Gott warte 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 was passiert Fahrradfahrer weg mit euch ey wo ist der denn jetzt hingefahren das hatte ich ja davor noch nie was Mission fakeschleim Franklin hat Lämmer verlaut ok ja ich weiß auch wenn er nicht mal gerade abgefahren ist alter auf einmal war er ganz woanders ja kann ich jetzt mal einen Bahnen bitte wieder haben so zum Glück kann ich das wieder überspringen da haben wir schon mal verkackt ist der aber auch lang gefahren alter aber jetzt kann ich diesmal am besser fahren drücke vor allem nach unten um Franklin's Fähigkeit zu aktivieren seine Fähigkeit ist was oh Slow Mo ok interessant ey 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 nicht eng machen bitte nein ich hab schon wieder verkackt ah er ist da abgebogen diesmal fahre ich nicht die Fahrradgruppe da ich komme gar nicht hinterher Junge hier ist das Filmstudio ja erstmal die den anderen die Schuld geben ja yeah 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 shit man diese Karren alter ich bin sogar schlechter als beim Originalvideo ich hab ich sich sind wir gleich da ich fühl mich wie so ein Betrunken naja jetzt bin ich schon wieder ausgerutscht jetzt muss ich mich verraten ey 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 ich hoffe ich krieg wegen der Musik hier nicht Copyrights ey das ist doch nicht wahr so hier dazwischen mit Kontrollerside die Steuern ein bisschen besser sein oh 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 sind wir gleich da ja mir geht's super nachdem ich 50 Leute umgefahren hab ah ok hier rein oh das weiße Auto man wie lange denn noch wird jetzt hier rein das ist schon mehr so ein Autohaus was 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 du 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 weißt du du Scheiße, die Bullen. Äh, wie komm ich denn hier raus? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir drehen kurz um und dann hier raus. Wir fahren links. Was? Bruder, was ist denn? Fahrphysik? Fahr, 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 fahr. Sind wir zugleich im Knast? Äh, wir biegen links, äh, rechts ab. Und dann hier lang. Ja, sie verlieren uns. Wir sind einfach geradeaus. Da kommt noch ein Bulle. Der denkt hier auch auf den Weg. Was labern die da eigentlich die ganze Zeit im Radio? Ich hoffe, ich kann das dann ausschalten. Äh, wir gehen hier rein, warte mal. So, wir fahren hier hoch. Tut mir leid. Ich zahle die Krankenversicherung. So, hier rein in die Gasse. Jawohl, sie haben uns verloren. Alter, die Gare sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Der Dumpf-Spritzer an der... ...an dem Teil da. An der... ...an der Autoscheibe. So, jetzt ist ich hier einfach rein. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, boy? Who are you calling a nigger? No, no, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right and you better keep it right because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a card like this. Wait a second. This guy right here? Him? Get him a hi- That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man. I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. Are you sure you're a man enough? Take the wheel and show me. Uh, uh, sure. Okay. How about we fall too, homie? Excellent. Now, listen to the quality of the stereo. No, 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 it's too much for you. You need a compact. Whoa, no way, man. I'm a compact. I'm a high roller. SUV-Guy? I just need time to think. Listen to me. SUV-Guy, hat er das gerade wirklich gesagt. Okay. Dann würde ich aber auch hier den Part beenden. Wir werden, wie gesagt, uns in der zweiten Folge sehen, die ja jetzt schon draußen ist, weil, ja, ein bisschen was schief gelaufen ist, aber habe ich ja schon gesagt. Wir werden uns dann sehen. Haut rein. Und tschau, tschau. Und tschau.